Jep, und damit herzlich willkommen zum nächsten Analyse-Video. Ähm, ja, heute fassen wir auf jeden Fall Part 8, 9 und 10 zusammen. Ähm, ja, und fangen dann eben, ja, am Anfang von Part 8 an, nämlich sind wir da aus dem Gefängnis ausgebrochen, beziehungsweise waren dabei, da waren halt wieder diese Wächter, die hatten halt quasi ihre vorgegebene Laufbahn sozusagen, haben wir ja schon letztes Mal drüber geredet, dass das wohl hauptsächlich NPCs sind, Programme, ne. Ähm, ja, also, das war ja zumindest auch die Theorie von dem einen Typen da, ne, der uns da, äh, vor unserer Zelle besucht hat, sag ich mal. Und, ähm, ja, also jetzt nicht direkt, dass es, äh, eine virtuelle Welt ist, so wie ich das vermutet hab, sondern auf jeden Fall, dass da irgendwas nicht ganz stimmt, dass es wohl so, ja, so Art Programme sind oder so, ne, also, als ob die Leute da halt programmiert worden sind, weil sie halt ihre, immer, immer wieder dasselbe machen, ihre selbe Laufbahn haben und so weiter und so fort. Ähm, auf jeden Fall standen auch noch so ein paar andere Sachen da in den Winden vom, ähm, vom Gefängnis, zum Beispiel, ähm, äh, die Polizei ist ein Sklave des Systems und so, oder, oder da stand auch irgendwas wach auf, ne, also anscheinend, ähm, ja, könnte man das jetzt zum Beispiel so interpretieren, dass, ähm, ja, wenn man jetzt davon ausgeht, von meiner Theorie, dass es eine virtuelle Welt ist, dass auch die ganzen Polizisten soweit nur Programme sind und deswegen sozusagen Sklave des Systems sind und, äh, ja, wach auf, ne, also, dass man wohl, ja, aufwachen soll, dass, ja, dass man aus dieser Welt rauskommt einfach, ne, also erstmal, dass man erkennt, das, was nicht stimmt, dass es wohl vielleicht so eine Art künstliche Welt ist und dass man da versuchen soll, irgendwie wieder, äh, in der realen Welt aufzuwachen, ne, so interpretiere ich das jetzt. Äh, ja, also, es ist wohl tatsächlich, es spricht halt immer mehr dafür, dass es jetzt nicht die reale Welt ist, in der wir uns befinden, sondern irgendeine, naja, art künstliche Welt. Ob das jetzt ein Programm ist oder sonst, äh, was ähnliches in der Art, das vermag ich jetzt noch nicht zu sagen, ne, aber ich vermute, irgendwie sowas wird's wohl sein, ne. Auf jeden Fall sind wir dann am Ende aus dem Knast ausgebrochen und, äh, ja, dann ging's nochmal in eine Mine, da kennt man ja soweit alles, da war jetzt nichts, wo, was, wo man was kurzzeitig reininterpretieren könnte. Und, äh, Arena, das ist wahrscheinlich nur zum Grinden da, aber, äh, cooles Gameplay-Element auf jeden Fall, ne, und, äh, wie gesagt, ideal zum Grinden eigentlich und spaßig auch, aber, ja, ist wahrscheinlich einfach nur ein Teil der Welt, was jetzt keine allzu größere Bedeutung hat, ne, einfach wahrscheinlich zum, zum Grinden und Spaß haben. Ähm, ja, und, äh, dann gab's ja noch den sogenannten Amerikaner, ähm, ne, der hat ja mit diesem amerikanischen Akzenter gesprochen und, ja, im Prinzip so ähnlich wie der Mr. Kugelrund, der hat einfach eine Umnehmen-Aufstrecke für uns, ob der jetzt eine höhere Bedeutung hat, ob hier zum Beispiel Leute wie Kugelrund und er, äh, tatsächlich auch echte Leute sind oder auch nur Programme, hm, schwierig zu sagen, kann beides sein, kann ich, ne, kann man jetzt noch nicht so genau sagen. Ähm, auf jeden Fall, äh, ja, gab's dann auf jeden Fall noch, äh, ein weiteres Bonus-Level, äh, wie gesagt, war ja jetzt auch, äh, nichts, was jetzt allzu größere Bedeutung hat und, ähm, genau, da gab's ja aber noch diese, diese Vorwald-Szene und das ist jetzt wieder ein Grund für mich, da ein bisschen mehr drüber zu reden und zwar, äh, ist das ja so, dass, äh, die im Wald waren und, äh, auf einmal kam da so, so, so ein schwarzes Nichts, sag ich mal, das war einfach, ja, nichts, ne, und das, äh, das hat Teile des Waldes aufgelöst und sogar einen von diesen Leuten, die da rumliefen, ne, oder nennen wir sie mal NPCs oder was auch immer, so, haben sich aufgelöst, so, ne, äh, sowohl diese eine NPC als auch Teile vom Wald. Und die Sache ist ja die, da war ja noch dieser eine Amerikaner auch, äh, der immer die Nebenquests für uns hat und dann noch ein anderer Dude. Diesen Dude haben wir angesprochen und der hat aber gemeint, äh, ja, das, äh, der weiß nicht, äh, wovon wir reden, ne, äh, äh, also von diesem schwarzen Nichts, was da, äh, den NPC in Teile des Waldes aufgelöst hat. Der hat es anscheinend nicht gemerkt oder, äh, ja, keine Ahnung, ne, ganz komisch auf jeden Fall. Und der Amerikaner, der ist ja auch nicht weiter drauf eingegangen, der hat es anscheinend auch nicht gestört, was für mich dann wiederum dafür spricht, dass er wohl eventuell auch ein NPC ist und kein richtiger Mensch. Ähm, eventuell, ne, und, äh, ja, auf jeden Fall, äh, ist das dann noch so, dass, äh, ähm, der, äh, blablabla, äh, die Pixel dann noch, äh, gesagt hat, dass das sowas ähnliches war, ähm, als sich ihre Feuern aufgelöst hat, ähm, also wo dieses schwarze Nichts erkam, das hat auch nur eine kurze Weile gedauert und dann war erstmal wieder Ruhe, ne, also das, äh, geht wahrscheinlich erstmal nur eine kurze Zeit und dann war's das, ne, und vorher hatte ich ja die Theorie, dass das vielleicht sich in der Psyche von Brummwiesel abspielt und dass sich das einfach schnell langsam auflöst, von der Theorie bin ich ja jetzt wieder abgewichen, weil ich glaube, dass das einfach irgendeine, ja, Art virtuelle Welt, äh, ein Experiment, was so durchgeführt wird oder so, ne, ähm, ähm, ja, und, und vielleicht bedeutet das dann einfach, ähm, dass die, dass dieses virtuelle Programm oder so vielleicht nicht stabil ist und sich Teile dann auflösen oder vielleicht ist das auch Teil des Experiments, dass die da gewisse Sachen einfach löschen, äh, Gebiete und, äh, NPCs und was, äh, weiß ich, und wenn man sich als echter Mensch zufällig da auffällt, ja, keine Ahnung, was dann passiert, vielleicht wacht man dann auf, ne, tatsächlich, oder, äh, man stirbt, keine Ahnung, schwierig zu sagen, alles auf jeden Fall, auf jeden Fall ist, äh, sehr interessant, nach wie vor, ne, äh, auf jeden Fall, ähm, alleine, dass dieser eine Typ da anscheinend nichts von bemerkt hat, obwohl das ja quasi direkt neben ihm stattfand, neben dem einen NPC und der, äh, nichts davon, äh, bemerkt hat, spricht wohl dafür, dass, äh, ja, dass es wohl auch nur ein Programm ist und kein echter Mensch, ne, dass da rumläuft oder so, denke ich mal, oder es ist ein Mensch, der sozusagen auch zum System gehört und nur so tut, also ob da nichts war, keine Ahnung, vielleicht kurz, äh, naja, ich interpretiere lieber nicht zu viel, da reizt uns, äh, explodiert noch mein Kopf, ne, ähm, auf jeden Fall, ähm, ich gehe erst mal eher davon aus, dass es ein NPC ist und das, warum wir so seine Freunde, ja, und wie gesagt noch ein paar andere, eventuell echte Menschen sind und die versuchen da rauszukommen, ähm, die Frage ist halt nur wie, ne, naja, und, äh, dann geht's halt eben demnächst wieder mit, äh, Part 11 weiter, ne, und wann das nächste Analysevideo kommt, kann ich noch nicht sagen, weil es kommt halt immer drauf an, wie viel da passiert ist und wie sehr es sich da lohnt, ne, da muss ja auch noch ein bisschen an Zeit, äh, zusammenkommen, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall, äh, was ist dann erst einmal damit und, ja, da sehen wir uns zum nächsten Video wieder, ne, aber bis es soweit ist, will ich ja noch hier, wie immer sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Pernbruder.